Rechtzeitige Gefahr, da ich viel im Auto unterwegs bin und mir da viel Zeit und auch Geld ersparen kann. Seit 10 Jahren sind wir von der Antenne Steiermark Ihr Begleiter durchs Leben. Happy Birthday, New York! 10 Jahre Antenne Steiermark. Wir feiern Geburtstag. Also in den nächsten 100 Jahren gibt es für mich nur einen Sender. Happy Birthday, Antenne Steiermark! Ich hoffe, Sie genießen alle einen richtig schönen Abend. 10 Jahre Antenne Steiermark, das wollen wir mit Ihnen gemeinsam feiern und das bis in die frühen Morgenstunden. In Kürze folgt ein Antenne Steiermark Programm, das ich wirklich sehen lassen kann. Wir haben uns gedacht, was machen wir? Es sollte etwas Besonderes sein, etwas, das zu uns passt, aber auch etwas, das lustig ist. Einige mutige Kollegen werden in Kürze Playback-Shows aufs Parkett legen. Wenn Sie sich jetzt wundern, wo mein Kollege der Martin Moser ist, der ist nicht irgendwo zwischen Wein und Bierbar, wo ihn die meisten vermuten möchte. Der sitzt in der Maske und das dauert ein Zeitl, weil, gut, das Ergebnis, das sehen Sie dann in Kürze. Den Anfang machen jetzt Ikonen der 80er, die normalerweise nicht ganz allein, aber heute zu zweit sind. Und Sie haben sich ganz speziell für den heutigen Abend einen waschechten Rapper eingekauft. Riesen Applaus jetzt für Modern Talking! On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking! Cherry Cherry Lady! And it goes like that. Cherry Cherry Lady! Going through emotion! Love is where you find it! Listen to your heart! Cherry Cherry Lady! Living in devotion! It's always like the first time! Let me take a part! Cherry Cherry Lady! Like there's no tomorrow! Take my heart, don't lose it! Listen to your heart! Cherry Cherry Lady! Now you're listening, are you? If you come, baby, I'll be your way to start! The lady of my life is how I really feel. The real deal, giving you nothing but sex appeal. You stay on my mind, I love the way you do me. Break it down through the sound of Louis. You're no good, can't you see? Brother Louis, Louis, Louis. I'm in love, set to breathe. Oh, she's only looking to me. Only love breaks her heart. Brother Louis, Louis, Louis. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louis, Louis, Louis. Oh, she's only looking to me. Oh, let it look me. She's on the cover. Brother Louis, Louis, Louis. Oh, do what he's doing. So leave it, Louis. Cause I love it. Kick it. This is XL Singleton signing off saying thank you to all and yours and yours and yours for tuning in to the Modern Talking Talk Hour. Yes, keeping it real for 1998 and so on. 98.7 on your FM dial, baby. You're my heart. You're my heart. You're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart. You're my soul. I'll be holding forever. Stay with me together. You're my heart. You're my soul. Yeah, I'm giving that love at all. You're my heart. You're my soul. That is the only thing I really know. You're my soul. You're my soul. You're my soul. Unglaublich. Die wochenlangen Proben haben sich bezahlt gemacht. Hallo, Herr Anders. Herr Anders. Wir wollen natürlich auflösen, wer wer ist. Herr Anders, unser Verkaufschef. Gottfried Pixi-Pichler. Applaus doch einmal. An seiner Seite ebenfalls aus dem Verkauf. Andreas Halberst, Dieter Bohlen. Und unglaublich. Peter Bautschi-Baumann. Er ist wasch, echter Rapper. So everybody in the house, it's come on and now and 7, 7, 8, 8, 9 and every. So I want to hear your voices. Everybody in the house, come on, let me say ho. Everybody in the house, come on, let me say ho. Everybody in the house, come on, let me say ho. Everybody in the house, come on, let me say ho. Thank you for everybody on the station, on the double, on the everybody 1, 9.7 on the FM Town, 9, 8, 1, thank you very much. Modern Talking. Unglaublich. Auf die nächsten beiden Herren bin ich sehr gespannt, doch wir haben sie selbst noch nie gemeinsam gesehen. Sie haben sich bei den Proben immer die kuriosesten Ausreden einfallen lassen. Sie haben wirklich noch nie zusammen geübt. Riesenapplaus für die Blues Brothers. Riesenapplaus für die Blues Brothers. Riesenapplaus für die Blues Brothers. Riesenapplaus für die Bilder. Riesenapplaus für die Blues Brothers. Ja, ja. Die Blues Brothers hier auf der Antenne Steiermark-Bühne. Riesenapplaus! Ein bisschen grauslich. Volker Höferle, es tut ihm glaube ich ein bisschen leid, dass er selber nicht singen konnte, weil das kann er eigentlich sehr gut. Ja, wenn ich Luft habe. Und an seiner Seite unser Reporter-Ass, Markus Terrand. Du kannst wieder lachen. Riesenapplaus noch einmal für die Blues Brothers. Auf den nächsten Auftritt freue ich mich besonders. Agneta, Björn, Benni und Anna Fried, kurz APA. Sie kennen sie alle. Damals hatten die Damen allerdings die Haare eher unter den Achseln. Diesmal hier, heute bei uns, sind sie woanders, aber schauen sie selber. Riesenapplaus für APA. Riesenapplaus für APA. Riesenapplaus für APA. Musik Tooper trooper beeps are gonna find me But I won't be in tune Like I always do Cause somewhere in the crowd there's one Give me, give me, give me a man after midnight Won't somebody help me chase the shadows away? Give me, give me, give me a man after midnight Take me through the darkness to the break of the day Give me, give me, give me a man after midnight Give me, give me, give me a man after midnight Aber wie Sie sie bestimmt noch nie gesehen haben Martin Moser Martin Moser, Thomas Axmann Unser Küken im Verkauf, die einzige Frau Gitti Hack Und die Assistentin der Geschäftsführung, Martina Rinner Aber, es ist wahnsinnig schwer das zu toppen Aber, wir wollen es versuchen und zwar mit Ikonen des Austropop Begrüßen Sie mit mir Austria 3 Applaus JORG-LIB 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 wirklich ausnahmslos alle, zu uns auf die Bühne zu bitten. Es schauen jetzt ein paar ratlos, ihr krallt es nicht da auf, sondern geht es da mal dumm. Nein, so geht es nicht. Alle Antenne-Steiermark-Mitarbeiter, egal ob aus dem Verkauf, aus dem Marketing, Kundenservice-Center, News, Programm, alle Antenne-Steiermark-Mitarbeiter jetzt bitte auf die Bühne. Endlich wieder ein bisschen Platz am Buffet. Und an der Bar natürlich, ja, kam der Ruf. Wir haben für Sie noch ein kleines Liedchen, das wunderbar zu dem heutigen Tag passt. Oh, Happy Day. Alle Antenne-Steiermark-Mitarbeiter, bitte auf die Bühne. Christian Brates, herzlich willkommen. Florian Brates, unser Musikchef Gunter Dorner. Die Tanja weiß nicht, wie sie auf die Bühne kommt. Großartig. Die Kleinen sind vorn, was tust du da, Martin? Möchtest du noch mal deine Erinnern, bitte? 2. Oktober. Ich weiß, dass ich diese Veranstaltung missbrauche, aber in der Politik ist mir nichts heilig. 2. Oktober. Wo ist das mit? Danke. 3, 4 für alle. 3, 4 für alle. Sind jetzt alle da? 1. Ja. 3, 4 für alle. 1. Ja. 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 Oh! Jesus swore! Jesus swore! Jesus swore! He was the saints away Oh! Happy Day! Oh! Yeah! Oh! Happy Day! Happy Day! Oh! Happy Day! Oh happiness, when Jesus won, oh when he won, when Jesus won, when Jesus won, oh happiness, oh happiness, oh happiness, he taught me how to walk. He taught me, oh happiness, a happiness, oh happiness, oh happiness, oh happiness. Oh, a happy day, oh, a happy day, when Jesus was, oh, when he was, when Jesus was, when Jesus was, he washed my sins away, he was a happy day, oh, a happy day, he took me home. To all fight and pray, fight and pray, and every joy, he passed, we did, every day. Oh, a happy day, oh, a happy day, oh, a happy day. 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 So, meine Lieben, das erste Wahlziel haben wir erreicht. Für heute, Freibier für alle! Jawohl, so ist ein Bier. Wir halten nichts, was wir versprechen, aber dafür ehrlich, bitte. Vielen Dank, Martin Gmirchik. Morgen in der Früh ab 5 Uhr wieder für Sie auf. Meine Damen und Herren, gleich wieder für Sie auf der Bühne die steirische Band Egon 7. Willst du was? Er traut sich nicht. Es kommt eine Eistorte. Keine Ahnung woher, für wen. Da drüben? Ja, wir warten einfach. Nein? Oh, Weg freimachen, wenn die Eistorte kommt. Die Eistorte ist übrigens von der Firma Schöller. Die Band Egon 7, wie gesagt, in Kürze, hier für Sie auf der Antenne Steiermark Bühne. Zehn Jahre Antenne Steiermark. Feiern Sie mit uns, feiern Sie bis in die Morgenstunden. Einen wunderschönen Abend wünsche ich Ihnen. Aplausos. 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 Untertitelung des ZDF, 2020